Ja, man kann ja nicht alles haben, ne? Nein, kann man nicht! Das ist aber schade! Ja, sehr schade! Oh, kische Pfeile! Wie süß! Das ist ein schwarzer Pfeil! Das ist die Kunst! Der Pfeil trifft immer ins schwarze! Deswegen ist er so schwarz geworden, weil er eben ins schwarze getroffen hat und deswegen die schwarze Farbe angenommen hat. Och, ich hab Bogen des Donnerkeils! Das ist verzaubert! Mit was für einer Verzauberung? Erzähl! Zähl mal! Blitzschaden! Und einem Stück Käse! Das ist aber jetzt Käse, ey! Da könnt ihr mir nichts anderes erzählen! Da ist ein Ader! Nein, ich werde jetzt nicht den Spitzhack aufheben, oder? Was? Mir war eigentlich noch Platz! Soll ich jetzt alles aufhebe, was ich sehe? Wow! Ahaha! Auzernoh! Du warst mir gefördert! Hier war uns ein Drachenhort! Ja! Da werden wir aber nicht hingehen! Nein, 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 nein! Jetzt nur noch nicht, auf jeden Fall! Ich bin noch nicht lebensmüde! Ich habe zwar mich mit dem Mammut angelegt, aber... So lebensmöde bin ich mir auch wieder nicht, dass ich da oben hingehe. Der wagt mir noch so ein klein wenig, so ungefähr. 40 Level? Machen wir 43 draus. Dann haben wir eine glatte Summe. Ach, hier ist ein Pfeil. So, Käse, schön, dass du stehen geblieben bist. Wieso reibst du deinen Kopf in die Wand? Naja, was soll's. Follen wir weiter einfach den Weg. Der Weg, wo auch immer er uns hinführen mag. Einfach alle Pflanzen ignorieren, weil wir es können. Können. Ein reißender Fluss. Juhu. Ich möchte aber nicht darüber gehen, zum Riesencamp. Nein. Das wollen wir nicht. Wir wollen auf dieser Straßenseite bleiben. Ich habe gerade einen Bären gehört. Wo bist du? Ein Höhlenbär. Ja. Ist das dein Ernst? Was machst du da hinten? Ich bin hier vorne. Das hätte ich ihm vielleicht nicht sagen sollen. Nicht genügend Mahne und nicht genügend Leben. Ich vergaß. Höhlenbären sind ja tausendmal stärker als Drachen. Ja, tausendmal stärker. Mit Farkas an meiner Seite hätten wir ihn platt gemacht. Aber nein, Farkas möchte ja nicht mitkommen. Komm, wir laufen jetzt querfeldein darunter. Vorsicht drunter Sliden, Kiesel. Yay. Wir sind noch auf dem richtigen Weg. Kann schon sein. Ah, da vorne ist die Brücke. Welche arme Gestalt bist du? Ein Ork. Seid gegrüßt, Schwester. Ihr seht müde aus. Ich habe etwas, was euch beim Entspannen hilft, wenn ihr interessiert seid. Du willst mich aber jetzt nicht umbringen, oder? Wir wollen mich alle umbringen. Von Reh ist du denn? Der beste Skuma. Der süßeste Mohnzucker. Natürlich zu einem guten Preis. Ach, du bist Drogenhändlerin. Das scheint mir verboten zu sein. Gibt es mir einfach. Tja, das wird nicht passieren. Warum denn? Ihr hättet nie herkommen sollen. Ja. Nein. Nein. So. Stop, Dorpkies. Ich weiß, mein Gegenstand ist nicht aufgeladen. Ja. Bist du dir sicher? Ich weiß, was ist, mich nachzusehen. Und so Kerr. Schlafbaumsaft. So eine bist du also. Will ich dein Skuma mitnehmen? Nehmen wir es mal einfach mal mit. Zwergenhandschuhe. Tja, Lydia, das hätte ich dir jetzt gegeben. Du bist ja so eine schwere Waffentyp, ne? Ja. Genau. Und ich habe es dennoch bekommen. Vor allem laufe ich in die entgegengesetzte Richtung. Das können wir aber korrigieren. Ja, in meiner ursprünglichen Reiseroute sah das so aus, dass ich einfach nur hier dem Fluss laufe, entlangschwimme. Hey! Ich glaube, mein Pferd ist tot. Ich glaube, mein Pferd ist tot. Warum bist du durch das Wasser gestorben? Du bist doch im Wasser gelandet. Wann machst du das denn? Aber hey, ich bin mal gespannt, wie viele Recht hatten. Jetzt mit ihrem Tipp. Ach, ich drück mal die falsche Tasten. Nicht einfach so ausweichen. Weißt du dem auch aus? Nee, warte. Trolle waren feueranfällig. Ja. Die Geschütze habe ich mir eigentlich für einen anderen Gegner besorgt. Mich zum Nahrung dieser Troll. Und sie können ihr Leben regenerieren. Was? 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 Die mir alle so viel Schaden machen. Das gibt's doch nicht. Doch gibt es Chicken. Ich spüre meine Füße. Und verbrenne. Wie er einfach nur da steht. Nur weil ich im Wasser bin. Nicht weglaufen. Ich habe noch mehr für dich. Aber hey, noch sieht es gut aus. Oh, ich muss stärker werden. Ich brauche eine bessere Rüstung. Oder einfach nur ein Finisher-Move. Ja, ich muss jetzt Kiesel abgeblieben. Das ist die große Frage des Lebens. Jetzt weg. Alle lassen sie mich im Stich. Schon wieder. Weil er gestorben ist. Ja, bist du Kiesel. Oh, ich bin so froh. Wenn ich ein bestimmtes Pferd habe. Muss ich nie wieder suchen. Wieder. Bin ich überhaupt am richtigen Fluss? Wieder zurück. Yay. Komm, reich mir bei den Riesen vorbei. Bislang wir nicht in ihre Nähe verweilen. Wasserfall. Ja, da hätte ich alleine ganz easy runterspringen können. Aber mit dem Pferd schön an der Seite. Da muss man schon mal ein oder das andere Opfer bringen. Und anders reisen. Wie man es sich eigentlich vorgestellt hatte. Hey, da ohne seine Mühle. Fischwassermühle. Hallöchen, Leute. Du bist keine Leute. Das Hund denkt sich auch. So, dann halt nicht. Ach, Jack muss ja doch nicht mal so unhöflich zu deinen Mithönern. Leerer Sack. Gilfres Haus. Kann ich euch helfen? Nein, aber ich kann dir vielleicht helfen. Ist die Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Nö. Fünf gute Männer haben mit mir in der Mühle gearbeitet. Dann begann dieser Krieg und alle liefen weg. Idioten mit Mäd im Blut. Mein Beileid. Nein, nein, nein.